Alles klar, Briefing! Heard from no one, have we? I saw thousands of troops attack the Jedi Temple. Received a coded retreat message we have. It requests all Jedi to return to the Temple. It says the war is over. Well, then we must go back. Hmm. Suggest dismantling the coded signal, do you? I can only hope and not too late. I don't wish to be the last of the Jedi. To the very summit of the Temple we must go. There shall we find the beacon and end this deception. Master, I fear for Anakin. Hmm. Clouded is his fate. Concerned for him, Maia. Quickly, young Obi-Wan. Er kommt, verpisst euch mal. Aua, was hat mich denn da erwischt? Töte den Jedi! Da ist der Yoda hinter euch! Na? Wo schlägst du denn hin? Den solltest du erwischen, genau. Sie sind nicht besser als der Jedi. Oh, Raketentruppler? Ja. Position mit sich! Töte den Jedi! Scharfschützen auf den oberen Ebenen sind. Sie sind nicht schade. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir da hoch und machen die fertig. Hallo, hallo, darf ich bitte? Ok, Kamera ist grad sehr eklig gewesen. Fast hin! Na also! So, weg mit dir! Eine Chance, die du nie hattest. Denjenigen wegbehalten! Hä? Ok, ich hab ihn nicht getroffen. Schade. Die falsche Seite, die wir ohne gewählt haben. Na ja, gewählt. Ob man das gewählt nennen will? Die hatten jetzt nicht so wirklich eine Wahl. Die waren ja ein wenig vorprogrammiert. Was ist zur Zeit eigentlich meine Mission? Muss ich einfach nur die Klone besiegen, oder was? Scheint so. Okay, diesen ganz anderen, anders dummen Move machen sie einfach. Sie bauen uns einfach eine Brücke. Angreifen, nicht hättest sollen. Macht, Staki. Das könnt ihr doch besser. Feuer! Ihr Gartenmeister Yoda! Oh! Oh Gott. Sind wieder diese komischen Jet-Truppler. Ich bleib unten. Bereit machen zu feuern. Feuer! Ah, ok, die sind ein bisschen härter. Ok, ich muss gleich ein bisschen regenerieren mal wieder. So, kurz Machtteilung. Der kam grad ganz ungünstig runter. Was passiert, wenn ich das da kaputt mach? Explodiert das? Es explodiert. Ok, damit hab ich nicht gerechnet. Ich hatte gehofft, da wär irgendwas drin. Es sah mir mehr wie ein Koffer aus. War anscheinend nicht der Fall. Ey. Stirbt der jetzt mal? Ok. Ah, natürlich kommt noch einer, war ja klar. Die beste Rüstung ist nichts gegen Talent. Ok, waren das jetzt alle? Ja. Bin ich eigentlich entmuted? Das wär ja natürlich schön. Ja, bin ich. Wir scheinen ein wenig Aufmerksamkeit erregt zu haben. Diese Aufmerksamkeit teilen wir können. Sollen wir uns trennen? Möge die Macht uns wieder zusammenführen. Ok, natürlich kommen hier wieder ein Haufen Klonsoldaten. Ist ja klar. Ah, schöner Bactatank. Ihr macht es nur zu einfach. Ähm, den da sollst du eigentlich angreifen. Wäre schön, wenn du das auch mal tust. Ah, ich habe den Jedi gesichtet. Ja, ich bin glaube ich auch nicht zu übersehen so viele Leichen wie ich hier hinterlasse. Hallo. Ah, lieber Wohler ist die Klone noch auf unserer Seite stand. Ja, mir auch. Okay, das ist also Obi-Wans schwerer Angriff. Habe ich bis jetzt glaube ich auch noch nicht verwendet. Du bist viel größer als ich. Versuch's nochmal. Noch ein Jedi. Wow. Da ist einer. Tötet ihn. Äh, komm mal runter da. Kämpft ihr jetzt gegeneinander? Äh, sieht nicht so aus. Es hat keinen Sinn. Sie wurden geschlagen. Komm runter und kämpfe! Hallo, stirb! Also. Keine Bewegung! Wie viele von denen sind denn hier bitte? Junge, jetzt krepier! Du lebst schon viel zu lange. Okay, jetzt kann ich auch wieder da rüber. Das ist gut. Hallo, hoch da. Und jump! Hallo, hoch da. Meistere Obi-Wan, ein besonderes Talent du hast, Ärger zu finden. Tja, wo das wohl herkommt? Oh. Au, 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 wartet, wartet, wartet. Ich muss hier jetzt mal ganz kurz heilen. Yoda macht das schon, keine Sorge, der ist Pro. Das hier bewegen, ich nicht alleine kann. Alles von den Klonen aufhalten lassen, wir nicht dürfen. Ich schwöre etwas. Es ist alles abgeregt. Oh. Aua, nein, 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 nein. Jetzt. Wenn man direkt davor steht, kann man sie halt mit dem Lichtschwert nicht erwischen, das ist mies. Ja, okay, ich will jetzt ja auch nicht stehen bleiben und warten, bis ich geheilt bin. Ähm, einmal durchschnibbeln. Ja, mach's doch noch langsamer, Bruder. Ich habe noch nie etwas so brutales gesehen. Warum tun die Klone das? Die Klone hierfür nicht verantwortlich sind. Nein. Ein Akt des Hasses, ich denke, stark die dunkle Seite geworden ist. Dringend unsere Aufgabe ist, angegriffen die Klone haben. ланter mach's. Ich habe gesagt, die Klone auf den siegelegenen lassen, würde es auch nicht zu wenden geben. Die Klone, sag's doch mal, das ist doch dann aber so. Ich habe wieder gegenseitig, was du nicht willst. Ich hab dann ja auch noch ein giftiger Prozess. Ich hab mir auch nicht durchgefährdiert. aber der Schiss der Klone gefehlt hat. Ich erinnere mich gerade bloß nicht so ganz, ob sie gestorben ist dabei oder nicht und ob sie überlebt hat. Okay, ich muss mich mal ganz kurz regenerieren. Lasst mich mal bitte kurz in Ruhe. Okay, der ballert in den Boden. Und hoch da. Okay, wieder sehr viele Klone hier. Und natürlich auch wieder so ein scheiß Raketen-Ktruppler, der mir gerade ganz schön viel Schaden macht. Deswegen muss ich mich mal ganz kurz regenerieren. Und jetzt geht's weiter. Okay, der ist hinüber. Hat Yoda die schon wieder platt gemacht? Scheint so. Und natürlich kommt noch einer. Äh, okay. Unsichtbare Wand. Ach ja, hier kann ich mich reinschneiden. Sehr gut. Äh, hallo. Hallo. Ah, jetzt. Alter, warum ist denn die... Warum ist denn die Musik so laut? Also... What the f... Oh, ne, jetzt bin ich in die Sound-Einstellung gegangen. Das wollte ich nicht. Ich wollte Lautstärke-Mixer. Ist aber bei 30% wie sonst auch immer. Hm, okay. Wenn das so ist... Okay, müssen wir jetzt hier lang, oder? Ne, wieder nach da hinten. Kommt her. Und tschüss. Zum Signalraum gelangen wir müssen. Ja, wir gehen ja schon. Bleib mal ruhig. Wir haben das Abriegelungsprotokoll des Tempels aktiviert. Ja, kein Problem. Wir schneiden uns einfach durch. Und dann kommt wieder FBI Open Up. Ist ja klar. Oh nein, das sieht schon wieder so aus, als ob wir gleich... ... ein Raumschiff oder so. Kommt wieder so ein Kanonenboot. Das würde jedenfalls erklären, warum da eine Kanone steht. Okay, ich wollte gucken, ob ich das Lichtschwert bis nach da hinten werfen kann. Aber ich glaube nicht. Okay, schauen wir mal, wofür wir das Ding benutzen müssen. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Natürlich Kanonenboote. Oh Gott, ich sterbe ja gleich. Oh oh. Scheiße. Okay, ich hätte die Torpedos erst abschießen sollen. Ich hoffe, hier war ein Checkpoint. Ja, war einer. Sehr gut, sehr gut. Klon-Schiffe besiegen. Ja, ja, das macht ja. Okay, der Move ist geil. Dreimal, dreimal Kreis ist schon nicht schlecht. Hätte ich vorher mal benutzen sollen. Okay, der ist hinüber. Ich heile mich sicherheitshalber nochmal, bevor ich in die Kanone gehe. Wenn ich da auch schön mit Full-Life reingehe. Nochmal Gesundheitsbonus. Sehr schön. Und rein da. Okay, jetzt... Jetzt muss ich gut zielen. Was echt schwierig ist mit Controller. Ich muss auch darauf achten, dass... Die Kanone nicht überhitzt. Okay, da ist das Zweite. Ah, jetzt ist die Kanone überhitzt. Ich kann nicht drauf schießen. Ach Gott, Alter. Ey, mit Controller ist echt schwierig. Echt schwierig. Ah, Kanone wieder überhitzt. Ja, los, komm runter. Komm runter. Okay, das hätten wir. Was ist denn mit der Kanone los, Digga? Komplett im Arsch. Oh nein, die Typen. Alles klar. Oh nein, hier sind wieder so komische... ...Grafikfehler. Komm her. Okay, was ist gegen die Typen effektiv? Alter. Ich krieg ganz schön Schaden. Loll. Okay, der ist hinüber. Jetzt er noch. Das ist ein Ruhige. Lichtschwertwurf, Lichtschwertwurf und nochmal Lichtschwertwurf. Und zack. Und natürlich kommt da noch mehr, war ja klar. Ja. Jo, wie viele? Haben sie jetzt nicht mit einem Padawan zu tun. Ach. Bei so einer zahlmäßigen Überlegenheit macht es eigentlich auch nichts aus, wenn du ein Meister bist. Also, ne? Padawan und Meister macht keinen großen Unterschied. Ja. Alter, Junge. Man kann's auch übertreiben. Keine Bewegung. Ah, natürlich erwischt er mich da noch. Okay, einer ist erwischt. Es hat keinen Sinn. Sie wurden geschlagen. Oh Gott, wenn alle gleichzeitig angreifen, ist es ein bisschen schwierig. Au, 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 lasst mich vorbei, lasst mich vorbei. Alter, was? Was? Hat er gerade diesen Avatar-Move gemacht? Hier diesen, ne? Besser, diesen, ne? Dieses komische... Oh, nein! Ach, komm, als ob. Ach, als ob. Ach, man, nö, nö, nö. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Oh, hab ich gerade, hab ich gerade eine Zwischenseignisse übersprungen? Möglich. Aber wir haben hier beim letzten Mal schon gesehen, also nur halb so wild. Dieses Mal haben sie es nicht mit einem Pader-Warn zu tun. Ah, gib auf, du bist tot. Okay, die sind auf jeden Fall nicht verbuggt. Ich weiß nicht, ob es beim letzten Mal die waren oder doch ein anderer. Ah, die Grafikfehler sind jetzt leider noch da. Aber, naja. Emulator halt, wie gesagt. Kann schon mal vorkommen. Ey, warte. Ey. Ah, der zieht mir mehr Leben ab, als ich durch die Heilung wiederkriege. Okay, also wartet mal. Ich brauche mal ganz kurz eine Auszeit, damit ich mich so ein bisschen heilen kann. Dann können wir sofort weiter tanzen. Ist alles cool. Aua. Ja, ich hab doch geblockt. Also, what the fuck? Sehr schön. Okay, die ersten beiden haben wir. Und da kommen die nächsten. Wenigstens ist keiner verbuggt. Das ist schon mal etwas. Nein, 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 nein. Wartet, wartet, wartet. Darf ich nochmal einen schweren Angriff machen? Wie viele von den Machtpunkten brauche ich? Ich meine, ich bin jetzt bei drei Strichen da unten links, falls ihr es seht. Wie viele brauche ich für den sehr schweren Angriff? Ich heile mich nochmal kurz. Ah, ey, ich konnte mich... Ich kann mich nicht bewegen. Hilfe, Hilfe. Oh Gott. Ihr seid sehr schnell. Verdammt schnell. Oh. Alter, in der Luft schon wieder. Oh, oh. Ich muss aufpassen. Ich werde sonst gleich wieder getötet. Da habe ich nicht so Lust drauf. Eilen. Springen. Eilen. Und weiterspringen. Ah. Ja, hätte ja klappen können, ne? Alter, wie konnte der mich da bitte schon wieder erwischen? Oh, oh. Nein, 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 nein. Wartet, wartet. Ich muss aus dem Weg. Ich muss aus dem Weg. Ich muss ganz schnell weg. Ich muss mich heilen. Ich bin hier halt auch auf so engem Raum. Das ist so gemein. Oh. Nein, ich konnte mich nicht heilen. Ja. Heilen in sehr kurzen Schritten. Alter. Wie viel die mir aber auch mit einem Angriff abziehen, ey. Lass sehen, aus welchem Zeug sie sind. Sie müssen es schon besser machen. Es hat keinen Sinn. Sie wurden geschlagen. Okay, ab und zu mal Lichtschwertwurf. Hilft auch ganz gut. Okay, der ist auch hinüber. Aua, ich aber auch gleich. Oh Gott. Oh Gott. Okay, der ist auch hinüber. Und der auch. Sehr gut. Huh. Wait. Wait, Master. There is something I must know. If into the security recordings you go, only pain will you find. I must know the truth, Master. Sie können nicht mehr sehen. Du hast gut gemacht, meine neue Apprentiss. Jetzt, Herr Vader, geh und bringe Frieden in das Empire. Ich kann nicht mehr sehen. Destroy die Sith. Wir müssen. Ja, das ist natürlich ganz schön bitter für den guten alten Obi-Wan. Aber naja, so muss das halt. Okay, haben wir die Mission jetzt auch mal geschafft. Das werde ich dann für YouTube irgendwie so ein bisschen zusammencutten aus den beiden Streams. Habe ich den letzten überhaupt schon runtergeladen? Ich glaube nicht. Okay, wir haben drei neue Concept-Arts und eine neue Bonus-Mission. Nicht auf die Größe es ankommt. Alter, wieder sehr, sehr, sehr laut hier gerade. Okay, ich schraub mal wieder ein bisschen runter. Einfach nur für jetzt. So, was können wir noch mal skillen? Wir haben nicht mal so viele Punkte. Ich würde sagen, wir machen hier irgendwas fertig. Bereichsangriffe zum Beispiel. Oh, wir haben halt... Ach so, wir haben noch ein bisschen. Dann machen wir die Sprungangriffe auch noch mit. Und dann würde ich vielleicht die Griffe nochmal mit reinnehmen, weil Spurangriffe benutze ich glaube ich überhaupt nicht. Na? So? Kann ich hier noch irgendwas skillen? Machtbetäubung könnte ich vielleicht nochmal machen. Ja, wobei... Benutze ich eigentlich auch. Komm, wir sparen uns die Punkte mal aus. Auch für das nächste Mal. Okay, weiter geht's. Ich bin fertig mit dem Verbessern. Ja, speichern. Speichern ist immer sehr gut. Das Spiel wurde erfolgreich gespeichert. Sehr schön. Und dann kann ich einfach diesen Weg County sagen. Ja. Vielen Dank.